Unter den Fanclubs der Kelly Family gibt es einige Privatorganisierte. 40 bis 60 Briefe täglich erreichen zum Beispiel den Kelly Family Club aus Landshut, den vier Jugendliche betreiben. Also hier sind die Briefe auch dann immer, das ist am Wochenende. Und am Wochenende tun wir die halt aufmachen und lesen und verantworten auch teilweise. Aber wir haben auch eine Sprechstunde, die also jeden Tag eigentlich, von 20 bis 21 Uhr, und die Leute anrufen und fragen halt zu den Fanclubs. An folgende Adresse könnt ihr euch wenden. The Original Bavarian Kelly Family Fanclub, Aberstraße 7 in 84 030 Landshut. Ja, so nächstes Jahr planen wir, dass wir auch in die neuen Bundesländer fahren und also im Norden von Deutschland und so, vielleicht auch Österreich und Schweiz, also ein bisschen rumzufahren in Ferien vielleicht und dann auch die anderen Mitglieder zu treffen, die also nicht in Bayern sind. Nach einer kurzen Zeit Also hier sind jetzt in den neuen Bundesländer von Alleyen,